Musik Ich bin Mario Siebert und bin seit bald sieben Jahren Skispringen und komme aus dem Zürich Oberland. Vor dem Sprung gehe ich immer so ein Ritual durch, dass jeder Sprung gleich ist, dass ich voll konzentriert durchspringen kann. Musik Der Sprung fühlt sich ziemlich lange an in der Luft, obwohl es nur vier Sekunden sind, aber es ist dann immer schon viel zu schnell vorbei. Musik Wenn ich durch die Luft fliege, ist das ultimative Freiheitsgefühl für mich. Ich bin einfach dich mit meinem Ski und fliege allein durch die Luft. Musik Mein grösster Wunsch für die Zukunft sind viele schöne Sprünge und hoffentlich mal die Weltspitzen. Ich bedanke mich für den Grund mitwählen, dass ich durch Ihre Unterstützung den Sport zum vollsten ausleben konnte. Musik 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 Musik